Musik Joa, was geht meine GTA-Freunde und auch Selevalisten? Willkommen zurück zu GTA 5 Online Und Rockstar hat es getan Rockstar hat eine Map-Erweiterung angeteased Nun ist es offiziell, wir werden im nächsten Update eine Map-Erweiterung erhalten Klar, es tut sich jetzt schon ein bisschen was Wie zum Beispiel der tote Mann, der am Strand spawnt Hier mal ein kleines Foto Der kommt ja hin und wieder mal an den Strand Was hat es damit auf sich? Ganz easy Dieser Mann wird von der neuen Insel, die wir bekommen werden, angespült Das ist der Hintergrund dieses Mannes Aber ihr wollt ja sicherlich den Teaser sehen Deswegen halte ich euch nicht länger auf die Folter Ich werde euch jetzt gleich den Teaser hier einblenden Ich verabschiede mich aber schon einmal Hoffe euch gefällt das Video, wenn ihr ja gerne ein Däumchen nach unten Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr gehypt seid auf dieses Update Auf die Map-Erweiterung Auch das könnt ihr wie gesagt unten in die Kommentare schreiben Und dann würde ich sagen, macht's gut Haut's rein Und jetzt viel Spaß mit dem Teaser Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal